Unser erstes Event am Pannonia Ring rückt näher und ich muss sagen, ich bin minimal schon ein bisschen nervös. Ganz ehrlich gestehen, ja klar, unser erstes eigenes Event, das ist natürlich was Wow. Es hat alles super funktioniert, die ersten zwei Events sind ausgebucht, wir sind 100 Teilnehmer, die Leute sind gespannt, sind happy und wir sind extrem aufgeregt. Nee, Spaß beiseite. Wir haben natürlich viel für euch vorbereitet in Bezug auf die Gruppenaufteilung und so weiter, dass wir das wirklich sauber hinbekommen. Wir machen unseren Fahrwerkservice, wo ich jetzt gleich drauf reingehe. Wir machen Testrides mit Michelin, das heißt wir haben einen Reifentechniker vor Ort, der sich um euch kümmert und so weiter. Wir haben eine Riding School, bla bla bla. Also wirklich viele Sachen, die wir jetzt alle geplant haben. In den letzten Zügen waren wir jetzt noch in so Sachen wie Gruppenaufkleber, Startnummern, Kaffeemaschine und so einen kleinen Scheiß, was wahnsinnig viel Aufwand gemacht hat und Haftungsverzicht, Zeitpläne, nochmal fünfmal umgeschrieben, ja scheiße, das geht ja da nicht und das geht ja da nicht, müssen wir so machen. Also wahnsinnig viel Aufwand. Ich habe das Gefühl, ich habe es immer noch nicht perfekt. Ich glaube, ich kriege es nicht perfekt hin. Ich muss den Zeitplan sonst nochmal zehnmal schreiben. Aber wir werden im Laufe der Zeit wahrscheinlich dann, wenn wir die erste, zweite, dritte Events machen, einfach auch besser mit dem, was wir machen und werden dann herausfinden, wie es noch besser funktioniert. Aber das ist natürlich ein Prozess. So, Pannoni-Ring, erstes Event, 5.6.7. Juni. Kurz zum Ablauf. Also Sonntag könnt ihr natürlich schon anreisen am Abend. Wir sind im Race-Office vorne. Wir werden offen haben ab 18 Uhr. Das heißt, ab 18 Uhr machen wir die Anmeldung, machen wir die Boxen-Schlüssel-Ausgabe. Ihr habt euch angemeldet mit Box, entweder eigene Box oder Sammelbox. Das haben wir soweit alles vorgeplant. Wir haben Listen. Das heißt, ihr kommt zu uns in das Race-Office, bekommt quasi eure Boxen-Schlüssel. So, bezüglich der Anmeldung müsst ihr dann vor Ort einen Haftungsverzicht ausfüllen, ganz normal. Standardprozedere, Namedatum, Geburtsdatum, bla bla bla, Unterschrift, Notfallkontakt, so und die ganze Schose. Dann bekommt ihr von unserer Zeitnahme, natürlich im Preis inkludiert, war von Anfang an klar, einen Transponder. Die Zeitnahme macht bei uns der Frankie von Gihamoto. Der ist vor Ort mit seinem zusätzlichen Mann. Die machen die Zeitnahme, kümmern sich um die Rennen und alles drum und dran. Die sind da sehr routiniert. Freue ich mich, dass wir so einen starken Partner an der Seite haben. Eine eigene Zeitnahme haben wir doch nicht. Das ist auch ein brutaler Kostenfaktor. Von dem her, denke ich, werden wir das erst vielleicht in drei, vier Jahren einmal anstreben. Das heißt, ihr bekommt euren Sticker von uns, Gruppenaufkleber, die wir extra designt haben in unserem Design. Auch ein eigenes Thema. Und ja, dann Haftungsverzicht und schreiben, bekommst ein Transponder, Boxen-Schlüssel oder steht es im Fahrerlager und so weiter. Also ganz normaler Ablauf ab 18 Uhr. Ins Fahrerlager könnt ihr vermutlich schon früher rein und Pannoniering ist da nicht so streng. Es ist natürlich die Frage, wie viel da am Sonntag eben los ist Richtung Nachmittag und Abend, wie viel Platz das dann ist. Vielleicht so ein bisschen nicht irgendwo vorne Box parken, sondern halt irgendwo ein bisschen im Abseits, weil da halt noch eine Vorveranstaltung ist und dass wir denen nicht irgendwie unnötig auf den Keks gehen. So, wenn jemand schon früher dort ist, was denke ich kein Problem ist, aber so ein bisschen im Abseits stehen und so weiter. Da hat auch das Restaurant offen. Das hat sowieso, glaube ich, täglich von 7 bis 23 Uhr offen oder so. Also da könnt ihr Frühstück, Mittagessen, Abendessen, Bier trinken. Das ist auch sehr zu empfehlen, ist auch sehr gut. Da könnt ihr dann Sonntagnachmittag auch schon Zeit verbringen dort. Wir starten dann mit der technischen Abnahme der Motorräder. Wir kommen zu euch. Das heißt, ihr braucht nicht mit dem Moped zu uns kommen, sondern ich und der Stefan. Wir gehen zu euch im Fahrerlager in den Boxen. Wir schauen uns eure Bikes an. Wichtig ist, die technische Abnahme geht erst, wenn ihr den Gruppenaufkleber schon habt, wenn ihr schon angemeldet seid. So, dann machen wir kurz einen Check vom Moped. Kleben dann das Technical Check Aufkleber drauf und somit ist das, was das anbelangt, erledigt. Machen wir auch natürlich auch am Montagmorgen noch. Wir haben am Sonntagabend noch ein Einsteiger Briefing. Das ist unsere Riding School, die Ride Riders, auch mit anbieten. Das ist speziell für Leute, die sagen, okay, ich möchte noch mehr wissen. Mir reicht das Briefing am Montagmorgen nicht. Ich möchte noch ein umfangreicheres Briefing haben. Da haben wir eigentlich schon eine Rundmeld geschrieben. Entweder war da das Interesse relativ gering. Da haben wir ganz wenig Anmeldung, ich glaube zwei oder drei oder so. Also wer nochmal das Einsteiger Briefing, das wirklich das umfassende Briefing haben möchte, am Sonntagabend bitte nochmal eine E-Mail an die Info at sbk-tech.de schreiben. Dann planen wir euch da ein bisschen vor mit ein. Das werden wir so circa, sage ich jetzt mal, relativ spät am Abend Sonntag machen. Die genaue Zeit machen wir dann noch ein bisschen flexibel, je nachdem, wie die Leute ankommen, also wie sie ankommen, ob schon früh alle da sind oder ob es eher später wird. Da müssen wir dann schauen. Genau, was das anbelangt. So, wir haben die Riding School, die Ride Riders, alles rund um Max Schmidt, ehemalige IDM und so weiter. IDM-Fahrer, der hat sein Team dabei, sehr, sehr gute Schule. Ich kenne den Max auch aus einigen spanischen Rennstreckenfahrenstallern. Wir sind auch zusammen schon Moped gefahren. Also das ist ein richtig guter, sensibler, netter Kerl, der auch sieht, was du falsch machst. Und da haben wir natürlich optional die Möglichkeit, dass ihr mit einem von denen zusammenfahren könnt. Also turnweise oder mehrere Returns, Fundenzeiten von Einsteiger bis, sage ich mal, 1,55, muss er schon mitfahren, Max. Von dem her, das könnt ihr vorab auch nochmal gerne buchen auf der Homepage oder uns eine E-Mail schreiben, wenn ihr da Interesse habt. Ansonsten geht es auch durchaus vor Ort dann spontan. Wenn jemand Probleme hat, da einfach zu den Ride Riders hinschauen. Die sind da, die sind für euch da, die kümmern sich um euch. Die sind bei uns in den ersten zwei, drei Boxen neben dem Race Office und sind für euch da. So, dann haben wir natürlich unseren Reifendienst und Teiledienst. Alles rund um Tom Ecker, Bikebox 79. Das heißt, der hat Reifen dabei. Der hat nicht nur Michelin dabei, der hat hauptsächlich Michelin dabei. Hat den Hintergrund, dass ich ja heuer mit Michelin zusammenarbeite und wir ja ein Testride-Paket anbieten. Das ist aber wohl schon ausgebucht. Das heißt, wir bieten zehn Fahrern die Möglichkeit, Michelin-Reifen zu testen. Und wenn sie sagen, hey, der Reifen, der gefällt mir überhaupt nicht, das ist totaler Scheiß, dann können sie ihn kostenlos zurückgeben. Wenn sie ihn natürlich gern haben, behalten möchten, dann dürfen sie natürlich dann für einen guten Rennstreckenkurs den Tom kaufen, inklusive Montage. Oder die Montage ist sogar dabei, irgendwie so. Das habe ich aber schon angekündigt. Das ist auch schon ausgebucht, dieses Testride-Package. Aber der Tom hat natürlich auch andere Reifen dabei. Der hat natürlich auch ein Pirelli dabei, er hat natürlich auch ein Dunlop dabei und so weiter. Und der Tom hat natürlich auch ein paar Teile dabei und steht euch natürlich auch in Form von Reifenrad und technischem Rad zur Seite. Tom ist ein sehr visierter Typ, mit dem ich sehr gerne zusammenarbeite. Ein wahnsinniger Perfektionist in seinem Metier, wo er sich bewegt, vor allem im Aufbau von Rennmotorrädern. Spezialisiert auf Suzuki. Tom ist richtig, richtig fit. Also ich denke, dass wir zusammen ein geiles Paket haben. Was ich nicht weiß, weiß der Tom und umgedreht. Also das ist wirklich cool. Da könnt ihr wahnsinnig gut davon profitieren. Was mich zum Fahrwerksservice bringt. Also Fahrwerksservice bieten ja wir Fahrwerksservice. Da muss man ein bisschen genauer definieren. Fahrwerks-, also Einstellungsfindungs-Service. Wir haben ja dazu unser Track Setup Sheet. Ich verlinke das nochmal unten. Das Track Setup Sheet ist dafür da, damit wir in Kombination mit euch bei euren fahrdynamischen Defiziten am Motorrad rausfinden können, was wir besser machen können. Das heißt, ihr braucht dieses Setup Track Setup Sheet. Das braucht ihr, damit wir mit euch arbeiten können. Das heißt, wir brauchen immer Daten. Ihr müsst da mit reinschreiben, ihr müsst es mitdokumentieren. Wer schreibt, der bleibt. Das mache ich übrigens persönlich auch so. Wenn ich am Moped etwas verbessere oder versuche zu verbessern, dann schreibe ich das immer mit und dafür gibt es dieses Track Setup Sheet. Bitte ladet euch das runter und füllt es vorab mit euren jetzt eingestellten Daten. Also Zug, Druck, Stufe, Federvorspannung, bla bla bla. Wenn jemand schon mal ein Datenblatt hat von einer anderen Fahrwerkstechnik oder von uns, dann schreibt es da auch rein. Schreibt eure Daten da schon mal rein. Damit wir das haben. Das heißt, wer jeder der Interesse hat an dem Fahrwerksservice, bitte dieses Sheet ausdrucken und ausfüllen schon vorab. Weil wenn wir das nicht haben, dann können wir nicht dauern. Das heißt, da muss ich erst sagen, ich fülle das aus. So, deswegen schon mal vorab schon mal vorbereiten und dann können wir gut starten. Das heißt, da kannst du in den ersten 1, 2, 3, 4, 5 Turns, je nachdem, kannst du schon mal reinhorchen ins Moped. Was tut denn das Moped? Hat das überhaupt Probleme? Kann ich irgendwas nicht machen? Kann ich nicht die Linie halten? Habe ich ein Pumpen beim Beschleunigen? Habe ich eine Bremsinstabilität? Habe ich eine Bewegung? Habe ich keinen Grip? Habe ich keinen Komfort bei maximaler Schräglage? Spüre ich die Wellen zu stark? Bla, bla, bla. Das heißt, du brauchst irgendwie ein Defizit. Das heißt, du brauchst aus diesem Setup-Sheet, brauchst du oben deine Daten, was du eingestellt hast und dann brauchst du deine Defizite. Schreib es rein. Okay, Bremsstabilität, scheiße. So, wenn das der Fall ist, dann haben wir alles, was wir brauchen, weil dann komme ich zu dir. Das heißt, meine Aufgabe beim Event ist, zum einen die Zeit noch mit zu beobachten, dass die Gruppenanteilungen richtig harmonisch sind und zum anderen, ich komme zu euch. Das heißt, ihr braucht nicht zu mir kommen, ihr braucht nicht mich suchen, weil ich werde mich nicht finden, weil ich werde immer von Box zu Box zu Box zu Box zu Box gehen. Das heißt, ich komme direkt zu euch und frage euch, na, wie fährt das Moped? Und dann brauchen wir schon mal einen Daten und sagst du, hey, ich habe hier Bremsinstabilität, Kurve 4 beim Anbremsen. Ah, dann sage ich, okay, was haben wir für Daten eingestellt, dass das und das, ah, Moped steht da. Okay, machen wir das und das. Das heißt, wir können sofort relativ zeitnah, innerhalb von zwei, drei Minuten kann ich sofort erkennen, was wir jetzt machen müssen, damit wir dieses Defizit vielleicht nicht hundertprozentig wegkriegen, aber zumindest verbessern, ohne jetzt Mords-Federn zu tauschen und so weiter. Wir haben im Worst Case natürlich auch im Bezug auf den Fahrwerkservice auch Simmerringe mit dabei und so, also falls mal irgendeiner durchgeht und und nicht ist, da können wir das am Abend dann allerdings erst machen und am Abend können wir dann auch mal einen Simmerring von der Gabel tauschen. Also das haben wir alles mit. Wir haben da auch ein paar Federn mit für so die gängigsten Fahrzeuge. Wir haben natürlich nicht alles mit, weil da ist die Frage, wo fange ich an, wo fange ich wieder auf? Da brauchen wir dann wirklich einen Sattelauflieger und zehn Mann, aber so ein bisschen, ich denke, so ein bisschen können wir schon helfen. So, das ist der Fahrwerkservice, dass wir da halt einfach wieder in Bezug Daten aufschreiben, was ist das Defizit, ich gebe einen Tipp, okay, schreibe jetzt das auf, mach das und das, ändere das und das am Moped, probieren und wieder aufschreiben. Ah, jetzt hat sich das verändert, verbessert, jetzt ist das schlechter, das ist besser, das ist beides besser und so weiter. So arbeiten wir miteinander und wichtig ist immer, wir kommen da zu euch, also entweder Stefan oder ich. Das so zu dem Fahrwerkserviceablauf. So, dann haben wir ja am Sonntag Rennen, das heißt, wir machen jeweils ein Rennen, wir machen die Rennen für die Rookies, da müssen wir mal schauen, wie sich das mit den Rundenzeiten einpendelt. Wir machen das Rennen für Supersport, für die schnelleren Supersport, wir machen das Rennen für die Superbike, für die schnelleren. So, Rookies machen wir fliegenden Start, Supersport und Superbike machen wir stehenden Start. Ich habe eine Umfrage gemacht, ich hätte gerne überall einen fliegenden Start gemacht, aber die Leute wollen, also ihr wollt offensichtlich lieber den stehenden Start. Bei den Rookies habe ich gesagt, da mache ich keine Kompromisse, da gibt es fliegend. Da gibt es dann aber noch ein Briefing. Am zweiten Tag in der Mittagspause gibt es ein Briefing, steht dann auch am Zeitplan nochmal drauf, für die Rennen. Qualifying für die Rennen sind die ersten zwei Tage jeder Turn. Das heißt, ihr könnt quasi die ersten zwei Tage, habt ihr viel genug Zeit, euch die beste Zeit zu sichern für die Pole Position oder wie auch immer. Das heißt, am Ende des zweiten Tags ist die Zeitnahme noch vorhanden, aber nicht mehr als Qualifying gewertet. Das heißt, am Ende des zweiten Tages steht mehr oder minder die Startaufstellung. Die wird zwar dann erst am dritten Tag am Morgen stehen, aber wir können die dann nicht mehr ändern. Das heißt, schaut es wirklich von Anfang an, dass ihr euren Transponder drauf habt, den Muster bekommt es vom Frankie, dass die auch funktionieren. Kontrolliert es auch die Zeitnahme, da bekommt es dann am Event einen Link, wo ihr online live die Zeitnahme beachten könnt, beobachten könnt. Schaut, ob die funktioniert. Das heißt, wenn ihr vielleicht den Transponder irgendwo an der falschen Stelle habt, wo er nicht funktioniert, dann muss euch das am Anfang gleich auffallen. Nicht, dass irgendwo am dritten, vierten Turn die beste Zeit gewesen wäre und die dann aber nicht gewertet wird, weil wir keine Zeit haben. Somit kontrolliert bitte die Transponder, ob die Zeitnahme gut funktioniert. Das ist hier nun wieder, normalerweise ist es unkompliziert, aber es gibt ganz seltene Fälle. Ja, dann haben wir natürlich unseren Fotoservice. Das heißt, wir haben Fotografen vor Ort. Diese Bilder gibt es kostenlos von uns. Die werdet ihr dann so zwei, drei Tage nach dem Event zur Verfügung kriegen. Da könnt ihr euch die anhand eurer Startnummer oder anhand eurer Gruppe, wo ihr gefahren seid, raussuchen und downloaden. Bekommt ihr dann per Link. So, da haben wir das, 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 das. So, dann, weil da mich natürlich viele angeschrieben haben, ja, der Meindl, da darf man ja natürlich kein Bier trinken am Abend, da ist ja um 7 Uhr Zapfenstreich, weil er ja mal so ein Video gemacht hat bezüglich des Trinkens am Feiern auf der Rennstrecke. Um Gottes Willen, natürlich dürft ihr ein Bier trinken. Und ich habe auch überhaupt kein Problem, wenn jemand zwei Bierchen trinkt am Abend und bis, sage ich mal, 22.30 Uhr ist das überhaupt kein Problem, wenn da zusammengesessen wird und ein bisschen gefeiert wird. Überhaupt kein Thema. Aber spätestens, ab 22.30 Uhr muss dann zumindest so leise sein, dass die Leute, die im Fahrerlager schlafen, auch schlafen können, wenn sie möchten. Ich schlafe auch im Fahrerlager in meinem Wohnmobil, von dem her, ich kriege es mit. Wenn jemand um 1 Uhr Party macht, dann schalte ich halt den Strom aus. Also ganz einfach, da sind überall Stromkästen. Von dem her, ich denke, das ist auch vollkommen okay, wenn man zusammensitzt und sich unterhält und so, auch bis 12 Uhr, und das ist vollkommen okay. Aber es ist ein Unterschied zwischen zusammensitzen und unterhalten und lustige Geschichten zu erzählen in Kombination zu Musik laut und umso länger der Abend, desto lauter der Pegel. Das ist halt was, das funktioniert nicht, das will ich auch an meinen Events nicht. Das ist mir natürlich wichtig und ich denke, die meisten Leute, die zu uns kommen, wollen das eben auch nicht. Von dem her, es war einfach ganz normal im Griff haben. Also nicht übertreiben, aber zwei, drei Bierchen am Abend, wer das verträgt und am nächsten Tag trotzdem fit ist, ist überhaupt kein Thema und habe ich früher auch meine zwei, drei Bierchen getrunken. Alles gut, mache ich heute nicht mehr, aber das hat eher sportliche Hintergründe. So, von dem her, ich denke, das war es so ein bisschen. Wir machen dann natürlich am Montagmorgen ausgiebiges Briefing um 8.30 Uhr. Für die, die dann im ersten Turn um 9 Uhr fahren, eventuell am besten schon um 8.30 Uhr Lederkombi anhaben. Heizdecken, alles vorbereitet, Luftdrücke schon gemacht, Reifen warm, damit ihr dann keinen Stress habt. Aber recht viel früher, die das Briefing machen, da kommt immer keiner, das ist auch schlecht. Das Briefing ist Pflicht für alle Teilnehmer. Das bitte mit einhalten. So, dann, ja, nach den Rennen gibt es eine Siegerehrung. Und dann haben wir nach den Rennen, je nachdem, wie viele Leute das dann noch da sind, weil das ist eine Transponderabgabe, je nachdem, wie viele Leute das dann noch fahren, machen wir dann Open Pit Lane oder lassen die Gruppeneinteilung. Und es kommt davon, wie viele Leute noch hier sind. So, wir haben ja, genau, Gruppeneinteilung, Stichwort. Wir haben vier Gruppen, inklusive, also gesamt 100 Leute in vier Gruppen. So, wichtig ist für uns alle, denke ich, die perfekte Gruppeneinteilung. Das heißt, ich versuche eigentlich nach den ersten zwei Turns schon einmal eine grundlegende Übersicht der Gruppen zu haben. Viele Leute von euch waren noch nie am Pannoni-Ring. Das heißt, die haben Zeiten von Oschersleben, von Hoppenheim und Co. Die werden sich vielleicht leicht tun am Pannoni, vielleicht schwer, je nachdem. Das heißt, die erste Einteilung, die haben wir jetzt schon gemacht, aber ich habe so ein Hinterstübchen, das wird noch nicht hundertprozentig passen. Bestimmt nicht. Das heißt, ich werde von Anfang an relativ schnell schauen, tanzt irgendjemand komplett aus der Reihe von dieser Gruppe? Und dann werde ich schon den aufsuchen und werde sagen, okay, komm, eine Gruppe schneller, eine Gruppe langsamer, bitte, dass wir schon eine perfekte homogene Gruppenaufteilung haben. Und der Vorteil mit 25 Mann pro Gruppe ist auch, dass ich zum Beispiel jemanden, der jetzt der 25. in einer Gruppe ist, aber zeitentechnisch total aus der Reihe tanzt, auch gern mal dann in eine andere Gruppe rauf- oder runterschieben kann. Dann sind halt irgendwo 24 und irgendwo 26. Das stört am Pannoni-Ring überhaupt nicht, weil wir da so eine lange Strecke haben mit über zwei Minuten Rundenzeit. Das verteilt sich mit 25 Mann so schön. Das müsst ihr euch draußen ausmachen, dass ihr euch gegenseitig findet. Von dem her haben wir da die Vorzeitsmache wahnsinnig gut jonglieren können und die Gruppeneinteilung gut beieinander haben. Von dem her werde ich da relativ schnell agieren und schon mal grob aussortieren und dann natürlich mittags oder abends eine größere Umgruppierung machen, damit das so homogen wie nur möglich ist. Wir haben viele mittelmäßige Hobbyfahrer, da haben wir ein ganz, ganz großes Paket. Es kann auch sein, dass die zwei mittleren Gruppen von den Rundenzeiten hier identisch sind. Das ist, wie gesagt, jetzt im Moment noch gerade schwierig zu beurteilen anhand der Referenzrundenzeiten aus komplett anderen Rennstrecken. Ja, der Pannoni-Ring hat ansonsten eine wahnsinnig, weil mich viele fragen, eine wahnsinnig gute Facility in Versorgung. Also Toilette, Duschen sind super, es ist viel genug da. Die Boxen sind groß genug, zumindest die ganz großen und die kleinen sind auch okay. Das Restaurant ist super, es ist alles sehr sauber. Asphalt, wahnsinnig geil und so weiter. Das wird wirklich Spaß machen für jeden, der noch nicht dort war. Es ist eigentlich eine geile Strecke, muss man echt sagen. Wer noch kein Hotel hat und da irgendwie was sucht, weil mich auch ein paar angeschrieben haben, die nächste Ortschaft heißt Schava, S-A-V-A-R, irgendwie mit komischem Apostelhof irgendwo mittendrin. Also Schava wird es gesprochen und da gibt es Booking.com, da gibt es eigentlich relativ viele günstige Hotels, da habe ich auch schon mal ein paar geschlafen, wer dann noch was sucht. Das ist zehn Minuten von der Rennstrecke weg. So, ich denke, so aus dem Stehgreif raus, ohne jetzt Notizen gemacht zu haben, müsste ich eigentlich alles ganz gut im Griff haben. Okay, falls ihr was vergessen habt, schreibt es in die Kommentare. Ich würde mich freuen, wenn wir uns natürlich bei geilen Wetter sehen, somit die nächsten Tage schön aufessen und ich verbleibe bis dahin und wünsche euch noch, ja, genau, und Pannonia 2, also das dritte Event von uns, 1.2.3. August, da sind noch ein paar Restplätze. Sichert euch gerne einen der begehrten Restplätze im August am Pannonia Ring. Würde mich freuen, wenn wir uns sehen. Bis dahin und ciao. Kianlar. Dann. Vielen Dank.